Hallo meine lieben Kapitalistenschweinchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sebastian, in dem heutigen Video schauen wir uns mal das Rentner Ü50 Depot meiner Eltern an. Wir investieren jetzt ungefähr seit einem Jahr und vier Monaten 200 Euro in einen Aktiensparplan oder besser gesagt in acht verschiedene Aktiensparpläne a 25 Euro. Dabei steuere ich 100 Euro von meinen Eltern bei und meine Eltern selbst 100 Euro. Und wir haben auch noch eine neunte Position, die wird bespart aktuell von dem Geld, was noch auf dem Verrechnungskonto herumliegt. Solange wie das Geld noch da ist, wird es investiert, sodass wir dann eben kein Geld unnötig herumliegen lassen. Dabei handelt es sich um Medtronic, die neunte Aktie, die kann man hier sehen, ist die kleinste Position aktuell, da wir diese erst seit vier Monaten ungefähr besparen. Ja, mich würde auch noch ganz gerne interessieren, schreib es doch mal in den Kommentaren, ob du auch schon Leute in deinem Freundeskreis oder im Familienkreis begeistern konntest, um am Aktienmarkt teilzunehmen, das würde mich wirklich sehr interessieren. Dann lass es mich doch sehr gerne einmal wissen. Die anderen acht Positionen sind Unilever, Pepsi, Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, 3M, Microsoft und die Altria. So, schauen wir doch mal rein, wie das Portfolio aktuell performt. Und das können wir hier sehen. Ja, seit September hat sich einiges getan. Im Oktober ging es runter, im November ging es wieder hoch, im Dezember auch wieder ein bisschen dieses Jahr aktuell im Januar minus 2,3%, im Februar minus 1,1% und im März 8,8% im Plus, also wirklich doch sehr, sehr, sehr gut. Das Jahr 2020 haben wir abgeschlossen mit 8,7%, also doch wirklich eine ordentliche Performance und 2021 aktuell bei 5,1%. Also wirklich sehr interessant, da bin ich gespannt, was wir noch so erreichen können dieses Jahr. Der interne Zinsfuß aktuell liegt bei 19,58%. Nun möchte ich einmal genauer die Wertpapiere analysieren und zeigen, wer denn so gut performt und wer denn nun nicht so gut performt. Also auf Platz 1, ja, es ging ja doch ein bisschen durch die Medien. Altria hat extrem angezogen, ja, Kursgewinne von knappen 27%, inklusive der Dividende liegen wir hier bei 29,88%. Auf den ersten Platz 3M mit 21,61%, muss ich auch nicht verstecken. Und wenn wir ganz nach unten schauen, sehen wir sogar bei der absoluten Performance immer noch ein grünes Signal, ja, eine positive Performance, wirklich sehr schön, 1,27% im Plus, Unilever natürlich nur mit den Dividenden inkludiert. Ohne Dividenden, der reine Kursgewinn liegt bei minus 0,3%, also mehr oder weniger doch bei 0. Alles in allem doch wirklich eine sehr schöne Entwicklung, wie man hier mit den doch sehr langweiligen und auch riesigen Unternehmen doch eine schöne Performance aufbauen kann. Nun komme ich mal zu den Dividenden, hier haben wir die Monatsansicht. Im September, wie gesagt, da kam das letzte Update, da waren es 3,93€. Im Oktober war dann ein neues Allzeithoch an Dividenden 5,72€. Im November waren es 2,80€ und im Dezember 5,32€. Also die Entwicklung ist doch wirklich sehr, sehr schön. Und dieses Jahr geht es auch weiter. Im Januar haben wir auch die erste Ausschüttung von Medtronic erhalten, sowie auch noch von Altria und Pepsi. Das machte dann ganze 6,34€. Der Februar ein bisschen schwach, allerdings haben wir da auch nur ein Unternehmen, welches es im Februar aktuell auszahlt. Und das ist Procter & Gamble. Und das waren ganze 1,39€. Und der März wirklich sehr schön verglichen, auch mit dem letzten Jahr. Ein riesen Balken verglichen zum März 2020. Da gab es schon 7,12€. Also doch wirklich eine klasse Entwicklung. Ja, die 7€ das erste Mal geknackt. Da kam die Dividende von 3M, Johnson & Johnson, Microsoft und Unilever. Also die Entwicklung ist in allem doch ganz nett. Meine Eltern werden ungefähr in 12 Jahren in Rente gehen. Ich hoffe, da kommt natürlich noch einiges mehr an Dividenden herum. Einerseits, weil wir investieren und andererseits, weil die Unternehmen ihre Dividende im Regelfall jährlich erhöhen. Und dann hoffen wir, dass es natürlich auch weiter so geht. Schauen wir uns das Ganze mal quartalsweise an. Der März hat ja geendet. Deswegen haben wir da einen ganz guten Vergleich zu Q1 2020. Da gab es nur 1,31€. Und mittlerweile haben wir schon fast 15€. Genauer gesagt 14,85€. Also doch wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Entwicklung. Das soll es auch schon mal gewesen sein. Ich wollte noch mal ein kurzes Update geben, da es doch länger kein Video mehr hierzu gab. Ich freue mich natürlich, wenn du mir ein Like für dieses Video da lässt, wenn es dir gefallen hat. Und ja, wie gesagt, schreib es doch gerne mal in den Kommentaren. Investieren vielleicht deine Eltern? Konntest du Freunde oder Bekannte vielleicht zum Investieren begeistern? Und ja, wenn du neu auf diesen Kanal gestoßen bist, dann würde ich mich natürlich noch sehr über ein Abonnement freuen. Ich freue mich wirklich über jedes einzelne Abonnement. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis demnächst.